Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Gothic 3 in der Endedition. Ich kann mir das nicht erklären, aber anscheinend hat unser Speicherpunkt nicht funktioniert. Wir waren ja eigentlich schon in der letzten Folge in der Rebellenunterkunft. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geklappt hat. Gut, so lange ist das jetzt, so viel fehlt uns da jetzt nicht, aber schon ein bisschen ärgerlich, ne? Aber egal. Oh, hier. Mistkerl. Und alles, alles. Und jetzt erledigen wir noch den Wolf hier. Wow. Was ist das zu sagen? Meine Fresse, ey. Ich fasse es nicht. Aber manchmal... Ja, sehr ärgerlich. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass jetzt auf dem Weg hier nichts Gefährliches mehr ist. Außer die beiden Schattenläufer, je nach euch, rechts. Da haben wir einen Scavenger. Ah! Ja, viele Glax. Ist halt gerade am Anfang der Session. Ich war gerade echt überrascht, ne? Ich hatte da nochmal geguckt, ob ich irgendwas hier übersehen habe, hier, ne? Aber, ne. 13.04. am 5.09.2020. 18.23. Da kam nichts später. Keine Ahnung. Woran das gelegen hat. Ja, mit den Schattenläufern lege ich mich später an, wenn der nicht dabei ist. Das kann ich jetzt mal das weg. Erstmal Pause machen. Erstmal Pause machen. Ich kann halt die ganzen Dialoge jetzt skippen. Also, mir ist wichtig, dass wir hier den Teleportstein haben. Zack. So, und dann kann ich jetzt, äh... Hätte ich das das letzte Mal gemacht? Wo war die Magic? Hier war die Magic. Äh... Nach Okara. Und Montera. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich wirklich nicht. Ich denk darüber nach. Am besten du erledigst es selbst. Mittags. Warum ist das so dunkel? Fast ein wenig kalt. Du bist Schmied. Ich brauche Waffen. Ich brauche dir noch Leute. Anführer. So, jetzt hatten wir die Waffen. Bastardschwert. Äh... Klingenbolzen. Bolzen. Ja. Könnte ich mir theoretisch kaufen, ne? Äh, Goldausgleich tauschen. Warte mal. Ich gucke mal eben mal, ob das funktionieren würde. Ich speichere hier. Äh, Bastardschwert kaufen. So. Du solltest meinen Rat annehmen. Ist das dein Ernst? Womit denn? Achso. Fehlt mir noch ein Schmiedehammer. Hat der nicht einen? Der hat keinen Schmiedehammer. Wollte mich verarschen. Wow. Hm, nein. Okay, das kann ich so nicht machen. Könnte sich aber tatsächlich lohnen. Weil diese Bastardschwerter echt viel wert sind, ne? Auch beim Händler. Ja, 4K. Oh. Ja. 80 Klingenschaden. Meine Macht 75, glaube ich, ne? Ne, auch 80. Erstmal hier, wir müssen Pilze einsammeln. Jorgenzin lässt grüßen. Oh, wir waren hier gerade an so einer Stelle, wo der Soundtrack anscheinend switchen sollte. Störe mich nicht. Oh, hier. Eisenhader. Hier ist niemand. Aber hier sind Pilze. Und hier ist ein... Nein, nicht an die Tore. Kein Bock, irgendwie einen aufs Maul zu bekommen, ja? Ich glaube, in der Höhle ist alles tabu. Hören wir nochmal ein paar Pilze. Ja. Ja. Warum weg, wenn du... Ich... So. Wofür... Der... Blablabla... Ich... Ne... Ich nehme es... Versch... Die... Am... Was... Was... Bring mir... Okay, das war die Liebeskunst. Wo... Die... So. Hat auch nochmal ein paar Bolzen. Und hier ist auch ein Schmiedehammer. Ich könnte mir das angucken, theoretisch. Weißt du was? Ich guck mir das jetzt eben nochmal kurz an. Das interessiert mich halt. Wieso kann ich jetzt nicht Schmieden lernen mehr? Konnte mir nicht von Schmieden... Beibringen? Keine Ahnung. Gut, dann halt eben nicht. Schmiedehammer hat sowieso so gut wie nichts gekostet. 40 Gold. Das ist entbehrlich. So. Hier oben war ich schon. Hier steht was über Alchemie. Dietrich. Oh. Da kann ich ran. Und ich sag euch, wie es ist. Die Truhe lächelt mich auch tatsächlich an. Flammenschwert. Feuerball. Nehme ich. Ah, hier bin ich richtig. Guck dich mal an, was der für eine Rüstung hat. Ich hörte davon, dass ein neuer Mann unser Lager betreten hat. Man sagt, er sei vielversprechend. Sie haben nicht übertrieben. Du hörst dir das sagen? Ich halte Okara so gut zusammen, wie ich kann. Es ist höllisch. Zumal wir schon mehr als die Hälfte unserer Männer verloren haben. Was ist mit deinen Männern passiert? Montera hat uns aufgerieben. Seit der Belagerung der Orks erkunden wir die Stadt. Die Orks haben bislang fast jeden unserer Vorposten entdeckt und vernichtet. Den Rest der Männer, die ich entbehren konnte, habe ich entsandt, um einen Weg zur Hauptstadt Vengar zu finden. Du bist ein ehemaliger Paladin? Ja. Ich war ein Krieger des Königs wie alle meine Waffengefährten in Gotha. Unsere Überheblichkeit war so groß wie die schmähliche Niederlage gegen die Orks. Trotzdem trage ich meine Rüstung immer noch mit Stolz. Erzähl mir mehr über Gotha. Gotha liegt im Osten, zwischen Faring und Montera. Einst war sie der Hauptsitz der Paladine des Landes, bis sie von den Orks überrannt wurde. Heute wandelt der Tod durch die Straßen von Gotha. Die Schamanen der Orks haben die Stadt mit einem schrecklichen Fluch belegt. Warum habt ihr Montera nie angegriffen? Ich fürchte, wir haben einfach zu lange auf den richtigen Moment gewartet. Was ist dein Plan? Wir brauchen Kontakt zum König. Um den Orks nicht in die Hände zu fallen, hat er sich in der Burg der Hauptstadt Vengard verschanzt. Ich weiß nicht, was Roba vorhat. Wir brauchen einen Teleportstein aus Gotha, um es herauszufinden. Der Stein führt direkt in die Hauptstadt des Königs. Wo sind deine Leute, die einen Weg zur Hauptstadt Vengard suchen, jetzt? Ich habe sie nach Gotha geschickt. Ich glaube, das war das dümmste, was ich je gemacht habe. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Na, so einfach. Was für ein Fluch lastet auf Gotha? Die Schlacht um Gotha verlief anfänglich zu unseren Gunsten, bis die Orksschamanen diesen elenden Dämon beschworen. Dieser ausgeburte Hölle fegte durch die Straßen von Gotha. Jeden aufrechten Mann verwandelte diese Scheusal in eine seelenlose Kreatur. Es war, als bräche die Hölle über uns herein. Uns blieb nur noch die Flucht. Gotha ist für uns verloren. Für immer. Ich kümmere mich um Gotha. Sei nicht töricht. Der Dämon ist sicher immer noch da. Komm ihm besser nicht zu nah. Hm, da bin ich mal gespannt, was das für einer sein soll. So. Ein Zweihänder. Knüppel. Äh. Leichte Rebellenrüstung. Du bist in Ordnung. Oh, schön. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Aber die kann ich mir schon mal kaufen. Dann kann ich auch den Helm kaufen, oder? So. Goldausgleich. Kann er jetzt auch seine Rüstung hier zurück haben. Ich wollte gerade sagen, warum hatte ich das nicht mehr angelegt? Jetzt habe ich natürlich einiges an Gold verloren, ne? Aber gut. Da verhalte ich jetzt auch, äh, viel mehr aus, ja. Alles auf jeden Fall. Natürlich gegen Magie nichts. Deswegen wäre das Outfit jetzt auch, äh, als Magier nicht so Bombe. Wo solltest du meine Hand abnehmen? Am besten, du hältst dich da raus. Erstmal Pause machen. Erstmal Pause machen. Kann dir doch egal sein. Ah. Rebell, Rebell. Hör bloß auf mit der Sch... Na gut. Dann werde ich mich jetzt mal, glaube ich, um die Schattenläufer kümmern. Die da draußen sind. Wo waren die denn nochmal? In diese Richtung, ne? Hä? Waren die nicht hier? Noch mal weiter oben. Ich glaube hier... Ja, da sind sie. Gut. Liebe Leute, dann mache ich hier einen Cut. Wir hören uns morgen wieder, dann geht's hier weiter. Dann kümmern wir uns hier in Gothic 3 um die beiden Schattenläufer. Macht's gut bis dahin. Ciao, kakao. Jetzt ruhig geholt. Tschüss. Vielen Dank.